Wir haben in dieser Veranstaltung schon ganz oft in Nebensätzen von urheberrechtlichen Rahmenbedingungen geredet und ich möchte deswegen diese Einheit jetzt dazu verwenden, um soweit es erforderlich ist, sie ein bisschen zu orientieren über die urheberrechtlichen Implikationen des juristischen Recherchierens und was da so die Rahmenbedingungen sind, die letztlich auch für unsere Vorlesung und für das Zurverfügung stellen von Inhalten auf dieser Vorlesung gelten. Ganz kurz, Sie werden bemerkt haben, gerade diese Veranstaltung hier ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass sich das ursprüngliche Lehrparadigma auch an den Universitäten verändert hat. Früher war es so und in vielen Bereichen ist es vielleicht gerade immer noch so, dass also der Professor, die Professorin eine Vorlesung hält, dass der Student oder die Studentin Lehrmaterial kauft und dass der Professor oder die Professorin irgendwie ergänzendes Material dann zur Verfügung stellt. Wir also sozusagen ein One-to-many Modell haben. Einer spricht, viele hören zu, einer produziert, viele rezipieren. Das hat sich verändert. Diese Veranstaltung ist zunehmend ein Beispiel dafür. Nicht mehr ein One-to-one, sondern ein One-to-many Beziehungsgeflecht. Also ich hier halte eine Vorlesung, die zum Teil gestreamt wird, die mit Online-Inhalten angereichert wird, die eigene Videos produziert und so weiter. Und darüber hinaus stelle ich Links zur Verfügung oder auch Inhalte zur Verfügung, die ich im Internet gefunden habe. Und Sie, wenn Sie daran aktiv partizipieren, produzieren hier auch ununterbrochen neue Dokumente. Wir haben also ein One-to-many-Geflecht. Das Urheberrecht, das ist vielleicht eines der Herausforderungen, denen man hier begegnet. Das Urheberrecht hat allerdings noch dieses One-to-one-Geflecht vor Augen. Das Paradigma, mit dem man Urheberrecht typischerweise begründet, sieht so aus. Das ist ein Bild von Karl Spitzweg, das Sie vielleicht kennen. Der arme Poet heißt das. Und was man hier sieht, ist einen Schriftsteller, der eben unter größten Entbehrungen in seiner Dachkammer, es regnet rein und es ist offensichtlich kalt, er ist möglicherweise sogar krank, also unter größten Entbehrungen hier jetzt Poesie produziert. Also etwas, was einen allgemeinen Wert hat. Und die Idee dahinter ist eben jetzt die urheberrechtliche Idee in einem Wort ist, das hier soll geschützt werden. Also diese ganz wesentlichen Investitionen, die der da leistet, der sitzt da und er leidet, sollen geschützt werden dadurch, dass das, was er da produziert, eben mit einem eigenen Recht ausgestattet ist. Dieses Paradigma verschwindet zunehmend. Also wir haben heute zunehmend eben nicht mehr arme Poeten, sondern wir haben Situationen wie in dieser Vorlesung, wo ganz viele Leute ganz unterschiedlich kollaborativ zusammenarbeiten. Und vor diesem Spannungsverhältnis steht letztlich die urheberrechtliche Debatte, auch wenn es um Rechtsinformation geht. Die gesetzliche Ausgangslage, nur ganz kurz, ist das Urheberrechtsgesetz in Österreich, das auch schon in die Jahre gekommen ist. Also die Stammfassung stammt aus dem Jahr 1936 und allein aus dieser Zahl erkennen Sie vielleicht, dass da doch das eine oder andere heute grundsätzlich schwierig geworden ist. Obwohl dieses Gesetz, auch das sehen Sie vielleicht schon an dieser Folie hier, eigentlich permanent reformiert wird und auch mit zunehmender Frequenz, also mit geringer werdenden Abständen zwischen den Reformen verändert wird. Auch wesentlich deswegen, weil sehr viel von dem, was da in den letzten Jahren geschehen ist, insbesondere ab den 90er Jahren europarechtlich determiniert ist, also durch entsprechende europarechtliche Vorgaben gesteuert ist. Und der Grundsatz ist ganz einfach, der steht gleich in § 1, nämlich, dass ein Werk im Sinne dieses Gesetzes dann vorliegt, wenn eine eigentümliche geistige Schöpfung vorliegt. Das ist also der zentrale Begriff, eigentümliche geistige Schöpfung. Nicht verlangt wird daher, wenn es um urheberrechtlichen Schutz geht, so was wie eine Genialität. Also der arme Poet bleibt geschützt, auch wenn er eigentlich gar nicht besonders begabt ist, solange nur das, was er produziert, eigentümlich und geistig ist. Also nicht verlangt wird eine Genialität. Nicht verlangt wird irgendwo irgendeine Registrierung. Also Sie kriegen einen urheberrechtlichen Schutz allein schon dadurch, dass Sie das entsprechende Werk schaffen. Und letztlich nicht verlangt wird, dass der, der das produziert, dieses Werk in irgendeiner Weise offenlegt, wie er dazu gekommen ist, es zu produzieren. Also der Schutz setzt nicht darin an oder setzt nicht voraus, anders als zum Beispiel im Patentrecht, dass da in irgendeiner Weise irgendwas offengelegt wird, sondern allein dann, wenn ich ein entsprechendes Werk produziere, entsteht daraus schon mein urheberrechtlicher Schutz. Und dieser Schutz besteht jetzt darin, dass dieses Werk nach den Regeln dieses Gesetzes geschützt wird. Und ganz kurz gesprochen, so was ähnliches wie ein geistiges Eigentumsrecht entsteht. Also deswegen so was ähnliches, weil es eben nicht identisch ist, es ist ein bisschen komplizierter, aber doch ähnlich wie beim Eigentum eben der, der dieses Werk produziert hat, darüber verfügen kann und jeden anderen davon ausschließen kann, dieses Werk so ohne Zustimmung des Berechtigten zu nutzen. Das ist die Regel. So, von dieser Regel gibt es eine wichtige Ausnahme im Kontext dieser Veranstaltung hier. Diese Ausnahme ist der § 7. Der § 7 sagt nämlich, dass Gesetze und sonstige amtliche Dokumente nicht urheberrechtlich geschützt sind. Also wenn der OGH eine Entscheidung formuliert und wenn der Richter oder die Richterin, der Berichterstatter oder Berichterstatterin für die jeweilige Entscheidung ist, am Sonntag 18 Stunden daran gesessen ist, diese Entscheidungsformulierung vorzuschlagen, dann hat der ähnlich wie der arme Poet Investitionen geleistet. Aber anders als der arme Poet sagt das Recht dann eben hier, in dem Moment, in dem das amtlich ist, also etwas ist, was öffentlich wichtig ist, weil es eben für die Kenntnis des Rechtes relevant ist, entsteht kein entsprechender urheberrechtlicher Schutz. Wenn derselbe OGH-Richter am Sonntag dann nicht die Entscheidung verfasst, sondern einen Aufsatz über diese Entscheidung, also etwas, was dann in einer wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert wird, dann entsteht wiederum ein urheberrechtlicher Schutz, weil das dann eben nicht vorwiegend oder ausschließlich zum amtlichen Gebrauch hergestellt ist. Es gibt auch noch eine ganz interessante Ausnahme. Diese Regel gilt dann nicht, explizit dann nicht, wenn Landkarten im Spiel sind, also wenn eine Landkarte vom Bundesamt für Eichenvermessungswesen produziert wird, dann gibt es dort, obwohl das was amtliches sein kann, trotzdem Urheberrechtsschutz, also keine Gemeinfreiheit. Warum? Wahrscheinlich deswegen, weil das eben etwas ist, wo man nicht so wie hier oben bei Gesetzen, Verordnungen oder Entscheidungen sagen kann, dass die Kenntnis wichtig ist, um sich in einem Staat zuverlässig bewegen zu können. Da ist also diese Interessensabwägung vielleicht anders ausgestaltet. Man erkennt, glaube ich, aber jetzt auch schon an dieser Stelle hier, dass es im Urheberrecht eigentlich immer darum geht, drei Interessensgruppen, drei Stakeholder, wie man sagen kann, gegeneinander in einem Gleichgewicht zu halten. Das ist auf der einen Seite der, der es schafft, also der Urheber. Das ist auf der anderen Seite der, der es irgendwie verwerten will, also zum Beispiel ein Verlag. Und es ist auf der dritten Seite der, der dieses Werk nutzen will. Das ist die Öffentlichkeit oder Sie oder ich, Sie als Studentin oder Studentin und ich als Vortragender hier, indem wir auf irgendwelche Inhalte dritter zugreifen können, sollen und wollen. Und dieses Interessensabwägungsdilemma führt dazu, dass es eben an unterschiedlichen Stellen Einschränkungen dieser und auch Erweiterungen dieses Rechtes gibt. Zum Beispiel wird ein Urheberrecht nur befristet vergeben, also nicht so wie das materielle Eigentumsrecht unbefristet und ad aeternum vererbbar, sondern nur noch 70 Jahre post mortem, also 70 Jahre nach dem Tod des Autors oder der Autorin endet das Urheberrecht. Auch das mag ein Beispiel sein für diese Interessensabwägung. Geschützt ist der Urheber dann in der Weise, dass er dieses Werk auf der einen Seite verwerten kann, also typische Verwertungsformen vornehmen kann, wie zum Beispiel das Werk vervielfältigen, aber auch das Werk zur Verfügung stellen. Da müsste stehen, § 18a, da ist ein Tippfehler, sorry, also zur Verfügungstellung wäre das richtige Wort hier, 18a, das ist das ins Internet stellen. Man kann also ein Werk ins Internet stellen, man kann es aufführen, man kann es im Rundfunk senden, man kann es verbreiten, also physisch irgendwo drucken und dann verkaufen und alle diese Verwertungsrechte stehen grundsätzlich mal dem Urheber zu. Daneben gibt es auch noch Persönlichkeitsrechte, also zum Beispiel das Recht auf Namensnennung, dass der Urheber genannt wird als Urheber eines bestimmten Werkes. Und diese Verwertungsrechte, die dem Urheber zustehen, kann jetzt der Urheber übertragen, also zum Beispiel an einen Verlag. Wenn also unser OGH-Richter am Sonntag einen Aufsatz geschrieben hat über die Entscheidung des OGH von der Woche davor, dann ist der Urheber, hat Persönlichkeitsrechte, zum Beispiel das Recht, namentlich genannt zu werden und er hat Verwertungsrechte, also zum Beispiel das Recht, dieses Werk zu vervielfältigen oder auch ins Internet zu stellen. Und er kann jetzt dieses Verwertungsrecht an jemanden übertragen, zum Beispiel an einen Verlag. Und das tun Autorinnen und Autoren häufig, jedenfalls dann, wenn sie mit Verlagen zusammenarbeiten. Und häufig tun sie das in einer Weise, die dazu führt, dass dann nur noch der Verlag über die Verwertungsrechte disponieren können soll. Also nicht mehr der Autor oder die Autorin darüber entscheidet, ob ein Text, ein Dokument jetzt im Internet downloadbar zur Verfügung steht oder nicht, sondern der jeweilige Verlag. Dieser Verlag hat natürlich konfligierende Interessen im Vergleich zu uns oder Ihnen. Deswegen gibt es freie Werknutzungen, bei denen dann in weiterer Folge gesagt wird, obwohl das Verwertungsrecht beim Verlag liegt, kann trotzdem jemand ausnahmsweise ohne Zustimmung des Verwerters. Denn der Verwerter wiederum, der Verlag, versucht ja aus diesem Verwertungsrecht Geld zu machen, indem man Nutzern Nutzungsrechte einräumt, also zum Beispiel ein Buch verkauft oder aber einen Zugang zu einer Datenbank gewährt. Also gibt es jetzt insoweit Ausnahmen, als gesagt wird, in bestimmten Fällen brauche ich diese Zustimmung des Verwerters nicht. Ich brauche also keine entgeltliche oder unentgeltliche Rechtsbeziehung zu dem Verwerter, sondern kann schon deswegen, weil ich als Nutzer oder als Öffentlichkeit so überwiegend Interessen habe, unmittelbar eine entsprechende freie Werknutzung geltend machen. Und das ist insbesondere dann zum Beispiel für Sie in Ihrem praktischen Alltag als Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Texte relevant. Zum Beispiel dann der Fall, wenn bestimmte Werke zitiert werden. Also wenn Sie in einer wissenschaftlichen Arbeit schreiben, etwas über einen Aufsatz, den ich produziert habe, dann können Sie unter den Voraussetzungen des Paragrafen 42 F nicht aus diesem Werk zitieren, ohne dass Sie mich explizit in irgendeiner Weise gefragt haben müssen und ohne dass Sie den Verlag, der irgendwas von mir gedruckt hat, fragen müssen. Aber wie Sie schon allein an der Textmenge sehen, ist das jetzt nicht einfach unbeschränkt gewährt, sondern hat zum Teil durchaus enge Voraussetzungen. Also eines der Fallvarianten setzt insbesondere voraus, dass das, was da produziert wird, seinerseits ein wissenschaftliches Werk ist. Also was Sie hier mitnehmen sollen, ohne jetzt in die Details zu gehen, ist einfach nur mal so, weil man sagt, man zitiert irgendetwas, irgendwas ins Internet zu stellen, ist keine gute Idee, wie es wahrscheinlich auch keine gute Idee ist, irgendwas im Rahmen einer Lehrveranstaltung einfach so mal ins Internet zu stellen, weil es noch eine zweite Schranke, eine zweite freie Werknutzung gibt, die ich Ihnen auch noch ganz kurz hier nennen möchte. Das ist der Paragraf 42g des Urheberrechtsgesetzes. Der regelt nämlich die öffentliche Zurverfügungstellung, also das ins Internet stellen für Zwecke des Unterrichts und der Lehre. Und auch hier sehen Sie, dass das nicht einfach so möglich ist, sondern dass da entsprechende relativ enge Rahmenbedingungen bestehen. Also zum Beispiel die Rahmenbedingung, dass das Werk grundsätzlich zumindest veröffentlicht sein muss, dass das Werk, das ich da jetzt verwende, in irgendeiner Weise dazu dienen muss, meinen Unterricht zu veranschaulichen. Und das vielleicht Schwierigste in einer Situation wie dieser hier ist jetzt, dass dieses Werk dann der Öffentlichkeit nur im Rahmen eines bestimmt abgegrenzten Kreises von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden kann. Und das ist bei einer Veranstaltung wie dieser hier mit über 4000 eingeschriebenen Studierenden einigermaßen schwierig umzusetzen. Also Lehre aus dem hier ist, das ist einer der Gründe dafür oder der wichtigste Grund dafür, warum es eben nicht so ganz einfach ist, urheberrechtlich geschützte Werke auf einer E-Learning-Plattform einfach mal so zur Verfügung zu stellen. Und warum auf ganz vielen E-Learning-Plattformen statt das zu tun, dann in weiterer Folge auf Fremdinhalte, also insbesondere auf Verlagsinhalte, nur verwiesen wird mit all den Folgen, die einige von Ihnen auch erlebt haben und die ja im Forum recht umfangreich diskutiert werden. Nämlich die Folge zum Beispiel, dass ein solcher Inhalt dann eben nicht mehr ohne weiteres von überall abgerufen werden kann, sondern nur noch im IP-Adressbereich der Universität, weil ein Verlag die Entscheidung getroffen hat, auf diesem Wege den Zugang zu diesem Inhalt hier zu reglementieren.